Musik Ich bin mittlerweile fast 25 Jahre in Straßburg und ich bin wirklich gut da angekommen. Von Anfang an wollte ich mich immer gerne in der Gemeinde engagieren und habe die Möglichkeit über den Jugendchor bekommen. Inzwischen leite ich diesen Chor fast 25 Jahre und es sind viele Jugendliche durch diesen Chor gewandert. Viele Mädchen, einige Burschen. Inzwischen ist der Chor Klangart heraus entstanden. Über den Zugang mit der Musik haben wir uns sehr gut kennengelernt. Wir haben sehr viele Dinge miteinander erlebt und ich muss sagen, die Arbeit mit den Jugendlichen hält uns selber jung. Es ist eine spezielle Energie, manchmal auch sehr anstrengend. Man durchlebt mit ihnen die verschiedensten Lebensphasen, manche sind sehr turbulent. Ab und an darf man sogar einmal Ratgeberin sein. Was mir da in der Plusregion irrsinnig taugt, ist das regionale Angebot. So bin ich zum Beispiel regelmäßig am Grünmarkt in Straßwölchen unterwegs, weil ich einfach wissen will, wo kommen die Lebensmittel her und ich kaufe gern auch für unsere Bauern ein. Generell genieße ich das persönliche Angebot hier in der Region sehr. Ich kenne die Verkäuferinnen und die Verkäuferinnen kennen mich. So bleibt da ein bisschen Zeit zum Ratschen. Den perfekten Ausgleich zu meinem anspruchsvollen Alltag finde ich in der Natur. Ich bin unheimlich gern wandern und beim Nordic Woken kann ich ideal meine Energie wieder auftanken. Ich bin unheimlich gern.